Herzlich willkommen zu Teil 6 von 7 zur Ausstellung Between Art and Commerce im Port 25, in dem wir die Installation von Maurice Scheltens und Lisbeth Abenes ansehen. Bei Scheltens und Abenes gibt es keine Grenzen mehr, weder zwischen freier und angewandter Kunst noch zwischen den einzelnen künstlerischen Gattungen. Wenn wir diesen Teil des Ausstellungsraumes betreten, dann sind wir schon mittendrin in einem Stillleben. Und wir sehen viele einzelne Stillleben. Das sind die Fotografien an den Wänden, das sind die Reproduktionen der Magazine, in denen sie erschienen sind in den Schubladen, das sind die Gegenstände im Raum, die mit den Bildern korrespondieren und zugleich ergibt all das neue Bilder. Zu sehen sind Werbefotografien und Fotografien, die für Magazine entstanden sind. Für Scheltens und Abenes sind das kommerzielle Arbeiten und gleichzeitig künstlerische Arbeiten. Diese Fotografie entstand zum Beispiel für eine Kampagne des dänischen Teppichherstellers Quadrat. Und ein Element dieser Komposition, das im Fotoshooting verwendet wurde, ist der Wandschirm, der hier im Raum auf der Paco Rabanne-Chrompalette liegt. Der Rand des Wandschirms, in der Fotografie eher eine breite, orangefarbene Linie, wird im realen Ausstellungsraum durch einen langen Stab, der gegenüber an der Wand lehnt, reflektiert. Steht man also im Raum und hat diese drei Elemente im Blick, Fotografie, Stab und Wandschirm, dann sieht man die Beziehungen und sofort entsteht im Kopf ein neues Bild. Scheltens und Abenes bereiten das Set für ihre Fotoshootings immer absolut präzise vor. Jedes Detail ist bedacht, geplant, alles steht am richtigen Platz, im richtigen Licht. Es geht hier letztlich immer um ganz traditionelle Stillleben, eben in Form von Fotografie und Installation, aber tief verwurzelt in der niederländischen Stilllebenmalerei. Und so wie die Maler des Barock arrangieren die beiden zunächst Dinge, Farben und Formen. Und diese Komposition kann mittels einer Fotografie zum Bild werden oder zu einer Installation, die Fotografien beinhaltet und die selbst auch wieder ein Bild ergibt. So ist es jetzt Monte Meerskirm efficiency. So ist es letztendlich noch ein Bild auf ideia. Ich kann mir jedes Jahr zurück klar. So ist es für die现在 die Komposition. Also, ich muss euch ja nicht. рыв serve Spectwatch ist ja schwerwiegend. Vielen Dank.